Guten Abend Tierfreunde! Wir gehen jetzt an Straßen, wo sogar manche Hunde Probleme haben. Tolle! Warten wir jetzt noch, bis die Autos weg sind. Nein! Denn vergiss nicht, Schweine sind immer noch Fluchttiere! Ja, da kommt gerade ein Hälberwinkel. Jetzt aber! Komm! Komm stecken! Yay! Das war nur die Vorspeise! Die Hauptspeise kommt jetzt hier! Die Bundesstraße! Gute Übung für Paule! Komm! Paule! Komm! Da kommen wir rein! Prima! Extra fies! Hier sind extrem kurze Ampelphasen! Wir bleiben mal mit Paule hier auf Entfernung! Ich wehre nicht, dass er sich erschreckt, wenn ein LKW kommt! Hey! Super! Gleichfalls grün! Hoffentlich! Zieg nicht! Zeig nicht! Jetzt! Komm! Hoff nicht! Das schaffst du nicht! Sch kitty quad 한데 alle池 Man hört sich nicht mehr so was, man nimmt sich Zeit. Man sieht, das ist ihm ganz schön unheimlich. Der Schwanz ist weiter oben. Jetzt ist er wieder entspannt. Aber eben war der E-Wölb nach oben. Komm Paul. Super Paul, komm. Komm Pauli, komm. Ja, aber der Schwanz ist oben. Jetzt ist ihm zu laut. Das ist jetzt nur zum Training. Ich versuche die Straße zu vermeiden. Pauli, komm schnell. Komm schnell, komm. Juhu, fein. Super. Fein. Obwohl ich schnell gelaufen bin, war es schon wieder rot. Pauli, komm.